Im zweiten Video zur Funktionsweise einer LED-Matrix möchte ich näher auf die Platinen eingehen, die ich von meinem Sponsor NextPCB erhalten habe. Für mich ist diese Kooperation der Einstieg in die Welt der professionellen Platinenherstellung mit neuen gestalterischen Möglichkeiten. So gut meine handgelöteten Schaltkreise geeignet sind, um die Funktionsweise darzustellen, so schlecht sind diese im praktischen Einsatz. Während der Videoaufnahmen ist häufiger mal eine Lötstelle gebrochen oder ein Steckkontakt herausgerutscht. All das ist mit diesen Boards Geschichte. Der erste Schritt zu meiner ersten industriell gefertigten Platine bestand im Erstellen des Layouts am Computer. Die Software meiner Wahl ist dabei KeyCAD, ein quelloffenes Programm mit einer guten Dokumentation, was den Einstieg in diese Thematik erleichtert. Die im Gerber-Format exportierten Dateien habe ich anschließend an NextPCB übersendet und gewartet, bis die fertigen Platinen eintreffen. Bei den prinzipiell recht einfachen Schaltungen genügt ein Platinen-Layout mit nur zwei Lagen. Die Leiterbahnen sind sehr sauber gearbeitet, ich habe fast überall mit dem von KeyCAD vorgegebenen Standardmaß von 0.25mm gearbeitet. Lediglich die große 8x8 LED-Matrix besitzt 0.5mm Bahnen. Die Stellen, an denen eine Leiterbahn von der Vorder- auf die Rückseite wechselt, sind an den 0.8mm durchmessenden Kontakten mit zentralen 0.4mm Bohrungen zu erkennen. Alle Platinen sind für Durchdeckmontage ausgelegt, die dafür nötigen Bohrungen betragen 0.9mm und diese sind mit 1.8mm durchmessenden, verzinnten Kontakten umgeben. Die Platinen sind auf ihren Oberflächen mit Lötmasken versehen. Hierbei handelt es sich um eine Kunststoffbeschichtung, die sicherstellt, dass das Löt-Sinn nur die vorgesehenen Kontaktstellen benetzt. Ferner werden durch den Kunststoff die Leiterbahnen besser elektrisch isoliert und vor Korrosion geschützt. Lötmasken sind eine Voraussetzung für das maschinelle Verlöten von Bauteilen, erleichtern aber auch das manuelle Löten ungemein. Für die Farbe der Lötmaske stehen neben Blau oder Rot weitere Farben bei der Platinenbestellung zur Auswahl. Auf die Lötmaske können Bauteilbeschriftungen oder sonstige Grafiken aufgedruckt werden, hier ist mein 18x20mm großes TUX-Maskottchen zu sehen. Um das Bestücken einfach zu halten, habe ich mich beim Layout der Platinen für die Durchdeckmontage aller Bauteile entschieden. Für meine erste Version einer 8x8 Matrix verwende ich 5mm LEDs, einen ATMECA 328P zur Ansteuerung, Bauteile für eine Infrarot-Schnittstelle sowie mehrere Kleinteile. Die klar lesbare Beschriftung aller Bauteile reduziert beim manuellen Bestücken die Fehlerrate auf ein Minimum. Standardmäßig nummeriert KeyCut die Bauteile, es ist aber auch möglich zum Beispiel für die Widerstände anstelle dessen die Werte anzugeben, was ich hier nicht gemacht habe. Ein Blick auf den Schaltplan ist somit nötig, um diese Bauteile richtig zu platzieren. Dank der Lötmaske gelingt das Bestücken recht schnell, auch mit meinem alten Löteisen, dessen Spitze irgendwann durch einen dicken Kupferdraht ersetzt worden ist. Deutlich kleiner ist die Platine mit den 3mm LEDs, die als Aufsteckbord für den Arduino Uno konzipiert ist. Wie bei der großen Version ist auch hier eine Infrarot-Schnittstelle implementiert. Das Verlöten stellt ebenfalls kein Problem dar, um sicherzustellen, dass alle Pins später genau auf den Arduino Uno passen, habe ich diese während des Lötvorgangs auf das Board gesteckt. Die dritte Platine im Bunde ist eine Uhr, bei der die LED-Matrix nicht im Quadrat angeordnet ist. Die Verteilung der Bauteile auf einem Kreis ist im PC-Zeitalter kein großes Problem, dabei bleibt die Verdrahtung der LEDs jedoch gleich der einer quadratischen Matrix, um die 60 LEDs mit nur 16 GBROs ansteuern zu können. Vier weitere LEDs befinden sich im Kreisinnern, neben drei Tastern zur Einstellung der Uhrzeit. Die äußere Form der Platinen kann mit Hilfe von Keycard nach Belieben gestaltet werden. Während meine erste Version ein einfaches Rechteck mit den Abmessungen 108x81mm bildet... ...sind bei dem 73x55mm großen Arduino-Shield die Ecken gekappt, um scharfe Kanten zu vermeiden. Die Platine der LED-Uhr ist als Scheibe mit einem Durchmesser von 131mm ausgeführt. Die Schnittkanten an allen drei Platinen sind sehr sauber ausgeführt, die Abmessungen stimmen, auch hier gibt's nix zu meckern. Werfen wir einen Blick auf die fertig bestückten Platinen. Von der ersten Version habe ich insgesamt sechs Stück angefertigt, je eine mit gelben... ...roten... ...grünen... ...blauen... ...und weißen LEDs... ...sowie eine Platine mit vier Farben auf einem Board. Der zur Ansteuerung der LEDs verwendete ATMECA 328P, also ein Arduino Uno ohne Arduino Board befindet sich auf einem Sockel, sodass dieser zwecks Programmierung herausgenommen werden kann. Integriert ist eine Infrarotschnittstelle bestehend aus einem TSOP4838 Empfängermodul und einer Infrarot-LED. Eine zweite Schnittstelle ist lediglich als Buchsenreihe herausgeführt, hier kann ein Mikrofonmodul zum Empfang akustischer Signale aufgesteckt werden. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass dieses Modul nicht verkehrt herum aufgesteckt wird, es gibt keinen Verpolungsschutz. Über Jumper kann festgelegt werden, ob der analoge oder digitale Ausgang des Mikrofonmoduls verwendet werden soll. Als akustischer Sender kann ein Buzzer auf eine zweite Buchsenreihe aufgesteckt werden, auch hier gilt es die Polung zu beachten. Die Boards können über die Buchsenreihen auch direkt miteinander verdrahtet werden, um somit Daten untereinander auszutauschen. Aus Sicherheitsgründen sollte dabei ein 1Kiloohm Widerstand an die entsprechenden Kabel gelötet werden. Die Stromversorgung erfolgt über ein verpolungssicheres Stecksystem, 5V Gleichspannung werden benötigt, womit eine Powerbank oder die USB-Buchse zum Beispiel eines Laptops verwendet werden können. Im Leerlauf zieht das Board einen Strom von etwa 13mA... ...dieser steigt auf etwa 32mA, wenn alle 64 LEDs per Multiplexing aktiviert sind... ...und auf 36mA, wenn alle LEDs ohne Multiplexing gleichzeitig eingeschaltet werden. Angedacht ist es mit diesen Boards an Video zu Datenübertragung zu drehen, wozu ich allerdings noch so einige Zeilen an Code schreiben muss. Zumindest auf einfache akustische Signale reagieren die LED-Bildschirme bereits. Mit Hilfe von Klopfzeichen können Buchstaben angezeigt werden, im einfachsten Fall steht die Anzahl der Klopfzeichen für die Position des Buchstabens im Alphabet. Nimmt man eine Infrarot-Fernsteuerung, so können über Zahlenkombinationen bestimmte Boards angesprochen und Buchstaben übertragen werden. Hier wird ein dreistelliger Code verwendet, bei dem die erste Ziffer die Adresse des angesprochenen Boards repräsentiert... ...während die beiden letzten Ziffern das anzuzeigende Zeichen übertragen. Hier habe ich an Board Nummer 1 den Buchstaben E übertragen, auf dem zuvor ein X angezeigt wurde. Die beiden anderen Boards zeigen nach Abschluss der Übertragung wieder die alten Buchstaben. Das Aufsteckboard für den Arduino Uno verfügt über die gleiche Funktionalität. Der große Vorteil dieser Version besteht darin, dass der AdMega Mikrocontroller nicht herausgenommen werden muss, um die Matrix neu zu programmieren. Ferner erfolgt die Stromversorgung direkt über den Arduino Uno. Dank der USB-Schnittstelle auf dem Arduino Board können Grafiken oder Laufschriften direkt vom PC übertragen werden. Sobald die Textseile mit Enter abgesendet ist, wird die serielle Schnittstelle deaktiviert und die Laufschrift angezeigt. Über die Infrarot-Schnittstelle können die Boards auch untereinander kommunizieren, somit kann ein Text vom PC über das Arduino Shield hin zu den großen Platinen übertragen werden. Eine LED-Matrix ist hervorragend geeignet, um zum Beispiel Schleifen, die Handhabung von Arrays, die bitweise Manipulation von Daten oder zeitgesteuerte Abläufe in der Programmierung zu erlernen. Die entsprechende Peripherie ist kostengünstig aufzubauen, womit man anschließend keine Gelegenheit bekommt, teure Hardware zu zerstören, sollte mal ein Ups passieren, was beim Schreiben von Software recht häufig vorkommt. Die LED-Uhr besitzt keine Schnittstellen, die Einstellung der Uhrzeit erfolgt über drei Taster auf der Vorderseite. Hat man sich beim Layout, so wie ich, für die Durchsteckmontage entschieden, so können die Bauteile prinzipiell sowohl auf der Vorder als auch auf der Rückseite aufgesteckt und verlötet werden, die Kontaktstellen sind durch die Bohrung hindurch leitend miteinander verbunden. Während man somit einfache Bauteile jederzeit entweder auf der einen als auch auf der anderen Seite verlöten kann, so ist zum Beispiel bei Dioden oder Elektrolytkondensatoren die Polung zu beachten. Der Sockel des Mikrocontrollers muss unbedingt auf der dafür vorgesehenen Seite aufgesteckt werden, da ansonsten die Zuordnung der Pins nicht stimmt, bei der Uhr ist das die Rückseite der Platine. Die Uhrzeit wird ähnlich einer analogen Uhr angezeigt. Die LED für die Aktuelle Stunde leuchtet durchgehend, die für die Minute blinkt asymmetrisch im Sekundentakt und der Sekundenzeiger ist wohl ohne weitere Erklärung auszumachen. Der LED-Kreis ist in vier Farben unterteilt und über den Buzzer wird zu jeder Viertelstunde die Melodie einer bekannten Londoner Turmuhr ausgegeben. Das sind meine aus dem Erstkontakt zu NextPCB entstandenen Projekte. Weitere Ideen wachsen nahezu täglich in meinem Hirn heran, bleibt mir gewogen, um zu sehen, wie es weitergeht. Die mit Keycard angefertigten Layouts der hier gezeigten Platinen sowie die verwendete Software gibt's auf meinen Seiten als Download-Paket. Sowohl dort als auch in der Beschreibung unter diesem Video findet ihr Links zu NextPCB, wo ihr diese Platinen bestellen oder eigene Projekte in Auftrag geben könnt. Während Sonderaktionen gibt's zum Beispiel immer mal wieder kostenlose oder zumindest sehr preisgünstige Platinen für Neukunden, klickt mal rein. In diesem Sinne, danke fürs Angugel und bis bald! ... ... ... ... Vielen Dank.